Kapitel 2 Teil 3 Lass das, ihnen wird davon schlecht. Erinnert dich das an was? fragte Draco wütend und entfernte Kinderkotze, die noch erstaunlich anschaulich zeigte, was James gegessen hatte von seiner Hose und Hemd. Harry hatte es nicht lassen können und James und Scorpius abwechselnd in die Luft geworfen, dass sie kurz davor gegessen hatten und Kindermägen sich auch mal gerne rückwärts entleerten, schien ihm egal gewesen zu sein. Und jetzt hatte James ihm auf die Hose gespuckt. Denn natürlich kam sein Sohn zu ihm, wenn es ihm schlecht war, wenn ihm schlecht war, und er erbrach sich nicht auf Harry. Denn Harry war der Part, mit dem man Spaß hatte. Draco war für Bauchweh und aufgeschlagene Knie da. Ist doch nicht schlimm. Kam es von Harry und er fuhr James durch die Haare, der sich an Dracos Brust presste, während Scorpius durch den Garten rannte. Scheinbar einem Schmetterling hinterher. Sein Magen schien stabiler zu sein, denn er war nicht minder oft in die Luft geworfen worden. Sie saßen zu viert auf der Terrasse im Garten und die Sonne schien warm auf sie herunter. Sie hatten zum Mittag gegessen und die beiden Wirbelwinde gehörten ins Bett für ihren Mittagsschlaf, aber Harry war das egal gewesen. Wenn die Kinder spielen wollten, dann wurden sie eben in die Luft geschleudert, bis sich ihnen der Magen umdrehte. Doch ist es. Er wird bald wieder Hunger haben, da sein Mittagessen ja wieder rausgekommen ist. Dann bekommt er eben wieder etwas. Seufzend lehnte Harry sich in seinem Stuhl zurück, streckte die Beine aus und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Es war Montag und damit Harrys freier Wochentag. Er arbeitete in die Vollzeit, um Draco ein wenig zu entlasten und bei seinen Kindern zu sein. Wie sich das gehörte. Als ob Draco das Hausfrauchen war und Harry der Mann, der die Brötchen verdiente. Aber sie hatten sich darauf geeinigt, dass es für die Kinder besser war, wenn sie eine Bezugsperson hatten. Und das war eben mehr Draco als Harry. Zudem wurde Harry schnell unzufrieden, wenn er nicht raus konnte, um jemanden zu jagen und dingfest zu machen. Natürlich konnte er sich auch entspannen, kam ganze Sonntage nicht von der Couch hoch. Aber er brauchte noch Auslauf. Wie ein Hund, wie Draco gerade auffiel. Draco stieß ein leises, unterdrücktes Knurren aus, um Harry nicht die Reste des Huhns an den Kopf zu werfen, das kalt auf dem Tablett zwischen ihnen lag. Harrys unbekümmerte Art, mit den Kindern umzugehen, sie machen zu lassen, was immer sie wollten, brachte ihn zur Weißglut. Genauso wie er ihnen heimlich Zucker in den Joghurt schüttete und ihn hinter seinem Rücken Süßes zusteckte, wenn Draco nicht aufpasste. Ganz zu schweigen von den Bergen an Geschenken, die Harry ihnen wieder anschleppte, auch wenn es kein Fest gab. Die Kinder gingen unter zwischen den ganzen Kuscheltieren und Spielsachen. Harry verwöhnte seine beiden Söhne, wo es nur ging. »Bring die Kinder ins Bett«, wies er Harry an und gab ihm James, der leise quengelte, als er weitergereicht wurde. »Und zwar jetzt! Nicht in zehn Minuten, nicht in einer halben Stunde, sondern jetzt!« Harry zog einen Flunsch, rief aber nach Scorpius, der sich geschickt taubstellte und noch schneller wegrannte. Jede Sekunde, die die Kinder nicht im Bett und beim Schlafen verbringen musste, war Gold wert für die Kleinen. »Na komm«, sagte Harry leise zu James. »Wir fangen jetzt deinen Bruder ein, dann legen wir uns ins große Bett und schlafen ein bisschen. Daddy will das so.« Fest bist Draco die Zähne zusammen. Jetzt war er der Böse. Nonverbal führte er mit einer Handbewegung einen Zauber aus, der Harry an den Haaren zog. »Au! Ey!«, beschwerte der sich, rieb sich über den Hinterkopf und sah zu Draco, welcher bestimmt den Mund verzog, um Harry klarzumachen, dass er das lassen sollte. »Ja, ja! Geh schon!«, sagte Harry leicht angefressen, schien die Botschaft nicht verstanden zu haben, denn er stand auf und ging in Richtung Scorpius, der sich noch nicht sehr effektiv hinter einem winzigen Busch versteckte, doch man sah seine Beine und Po dahinter hervorragen. Kurz war Draco davor, Harry ein weiteres Mal in den Haaren zu ziehen, doch er machte es nicht, stand auf und ging. Von den Kindern hatte er sich schon verabschiedet, hatte seinen Mantel geholt und die drei vorgefunden, wie Harry die Kinder abwechselnd in die Luft geworfen hatte. Wenn er die drei für immer alleine lassen würde, würden sie sich nur noch von Schokolade ernähren. Wahrscheinlich würde Harry das Männer in ein großes Lebkuchenhaus verwandeln und sie würden sich das eigene Dach über den Kopf wegfressen. Leise seufzte Draco und stapfte durch den Gang bis zum Eingangsbereich, in dem er apparieren konnte. Er wollte in die Winkelgasse Besorgungen machen und Mr. Underwood in seiner Apotheke besuchen. Seit er dort nicht mehr arbeitete, war der Kontakt merklich abgebrochen. Da Dracos ehemalige Kollegen sich selber aus dem Rennen geschossen hatten, indem der eine den anderen umgebracht hatte, war nur noch Draco da gewesen. Doch als auch er wegen des Fluches seines Vaters ausgefallen war, hatte Underwood das Geschäft merklich verkleinert. Es gab keine Lieferungen mehr nach Hause und man musste die gewünschten Stränke vorbestellen. Im Laden selber gab es nichts mehr einfach so zu mitnehmen. Natürlich tat es Draco leid, dass dem Mann sein Geschäft so zusammengebrochen war, aber nur aus Mitleid hatte Draco seine beiden Kinder nicht zu Hause alleine lassen können. Nun war es aber an der Zeit, dass die beiden Unterricht bekamen und er sich wieder, wenigstens halbtags, seinem erlernten Beruf zuwenden sollte, solange die Kinder mit den Hauslehrern beschäftigt waren. Deswegen wollte er mit Underwood reden und ihn um seine alte Arbeitsstelle bitten. Auf der Winkelgasse war eine Menge Betrieb. Zwar war es in den Sommermonaten wirklich voll mit den ganzen Schülern, aber auch ansonsten trieben sich viele Hexen und Zauberer hier rum. Fischaugen für einen ordentlichen Eintopf bekam man eben nicht überall, außer in einem Asialaden, und die Qualität ließ dann immer zu Wunschen übrig. Froh, Kinder und auch Harry mal los zu sein, schlenderte Draco über die Straße, betrachtete die Auslagen in den Schaufenstern, kaufte sich ein Eis und war kurz davor, es runterzuschlingen, ehe ihm einfiel, dass keine zwei kleine Monster da waren, die es ihm wegfressen würden. Und so genoss er es in aller Ruhe, ignorierte die zum Teil tuschenden Passanden, und kaufte sich zwei Becher, sowie einen neuen silbernen Kessel. Seiner war durchgebrannt, als Harry dachte, dass er schnell einen Vitamintrunk für die Kinder anrühren könnte. Der Kesselboden war durchgebrannt und, zur Freude der Kinder, war die Flüssigkeit in einem Feuerwerk explodiert. Noch immer war Harrys Ruhm und Bekanntheit ungebrochen. Egal, wo sie zusammen waren, jedes Mal wurde Harry angesprochen, um Autogramme gebeten, und er musste Hände von Fans schütteln. Deswegen wurde auch Draco erkannt, aber ihn sprach niemand an. Vielleicht deswegen, weil er so wirkte, als würde er demjenigen den neu gekauften Kessel gegen die Schläfe schlagen, sollte er es auch wagen, auch nur in seine Richtung zu atmen. Draco war stolz auf seine bedrohliche Aura. Komme! rief Underwood aus dem Hinterzimmer. Die Eingangstour schlug laut, bimmelnd hinter Draco zu, und er trat wartend auf den Tresen. Ich glaube, der Satz ist ein bisschen komisch. Auch hier drin sah die Apotheke nicht sehr einladend aus. Draußen blätterte die Fassade, blätterte die Farbe an vielen Stellen ab. Die Schaufensterscheiben waren von Schmutz überzogen und dadurch blind, und hier drin wirkten die leeren Regale, welche einst voll mit bunten Tränken in den verschiedensten bauchigen und auch schmalen Fiolen gewesen waren, leer und traurig. Zwar sah es auch so bei dem Zauberstabmacher aus, genauso schmutzig und verstaubt, aber bei dem Mann stapelten sich die Zauberstabpackungen. Hier sah es aus wie nach einem Leerverkauf. Mel? Muffloi, ich wollte Mel verlesen. Er ist ja nicht, er ist ja nicht mehr, bei ihm ist ja immer Muffloi. Muffloi, rief Anderwood erfreut, als er durch die Tür zum Hauptzimmer schlürfte, geschlürft kam. Vor Begeisterung warf er die Arme in die Luft. Kurz hatte Draco Angst, dass die dünnen Arme durch den Schwung abbrechen und zurück durch die Tür ins Hinterzimmer fliegen würden, aber nichts dergleichen geschah. Anderwood kam um die Tresen, kam um den Tresen herum und griff Dracos Hand mit seinen beiden Händen. Wie schön, dich zu sehen, Junge. Hallo, sagte Draco leicht peinlich berührt. Dieser Mann war immer so nett und freundlich gewesen, obwohl Draco, seit er Harry über dem Weg gelaufen war, mehr mit ihren Problemen geschäftigt war, als mit seiner Arbeit. Komm, setz dich! Aufgeregt zog Anderwood ihn mit ins Hinterzimmer. Noch immer sah es genauso aus, wie an seinem letzten Tag hier. Drei wuchtige, abgenutzte Arbeitstische mit Feuerstellen daneben mit Feuerstellen daneben dominierten das Bild. An den Wänden wechselten sich das Waschbecken mit einem großen Vorratsschank und verschiedenen aufeinander gestapelten Kesseln ab. Doch nun war nur ein Tisch belegt, an dem Anderwood arbeitete und viele der Vorratsschubladen waren offen und leer. Was kann ich für dich tun? fragte Anderwood und setzte sich auf einen Schemel. Draco tat es ihm gleich. Also, begann Draco zögernd. Mit Harry war abgesprochen gewesen, dass Draco, wenn die Kinder zwei wären, wieder anfangen würde zu arbeiten, denn dann brauchten die beiden niemanden mehr 24 Stunden um sich herum. Entweder er und Harry würden sich mit dem Aufpassen abwechseln, oder Lexi würde das steilenweise übernehmen. Ich wollte fragen, ob es möglich wäre, dass sie mich wieder einstellen, Sir. Oh, machte Anderwood und sein von Lachfalten grunstiges Gesicht wurde betrübt. Er stand auf und begann ein Aronenblatt zu schneiden. Nein, das geht nicht, Marfloy. Ich werde diesen Laden aufgeben. Das war ein Schlag ins... Das war ein Schlag in Dracos Magen. Er war immer fest davon ausgegangen, dass er hier wieder anfangen würde. Etwas anderes konnte er sich gar nicht vorstellen. Natürlich würde er ein gutes Arbeitszeichnis bekommen und da Carys Bekanntheit würde ihn jedes andere Geschäft annehmen, aber er wollte hier hin zurück. Oh, machte er nun auch. Laufen die Geschäfte so schlecht? Oh nein, mein Junge! Lächeln drehte Anderwood zu ihm und deutete mit einem kleinen Messer auf den Stapel an Bestellungen. Ich komme nicht mal hier heraus, aber ich habe dich die Zeit zu brauen, die ganzen Träuter zu kaufen, im Verkaufsraum zu stehen, die Eulensendung fertig zu machen, und dann auch noch jemanden einzulernen. Und wenn wir mal ehrlich sind, alles, was aus den Schulen heutzutage rausrutscht, ist noch ganz grün in den Ohren und kann einen Kessel nicht von einer Suppenkelle unterscheiden. Sein Grinsen versteckte Draco, indem er leicht den Kopf senkte, ehe er wieder ernst aufsah. Und wenn ich ihn den Laden abkaufe? Es schien Anderwood kein Millimeter zu überraschen, dass Draco ihm dieses Angebot machte, denn er nickte nur. Würde dir sofort den Schlüssel geben, Junge, aber ich warne dich, du wirst dir Tag und Nacht stehen und dir selber so gut wie kein Gehalt bezahlen. Das war Draco ziemlich egal. Er wollte, wenn er wollen würde, könnte er den Laden mit Gold pflastern und er hätte immer noch genug und mehr, um davon mehr als gut zu leben. Und du brauchst gute Leute, jemand, der das Handwerk versteht, aber nicht zu viel kostet, denn ansonsten machst du nur Verluste. Mit euch dreien ging es ganz gut, weil du gut warst und die beiden anderen nicht teuer. Er verzog das Gesicht und tagte ziemlich heftig und unvorsichtig auf dem Blatt herum, sodass Draco aufstand und ihm das Messer aus der Hand nahm. Ich mach das, Danke, mein Junge. Anderwood setzte sich wieder auf seinen Schemel und streckte die Beine aus. Wo war ich stehen geblieben? Er kratzte sich über den Kopf. Inzwischen waren seine weißen Haare merklich ausgegangen und die restlichen, die er hatte, standen wie fest gezaubert von seinem Kopf ab. Ah ja, er nickte sich selber zu. Ich gebe dir den Laden gerne ab, Junge, aber du brauchst viel Liebe und Aufmerksamkeit. Bekomme ich hin, sagte Draco sofort. Das Geschäft zu übernehmen war genau das, was er brauchte. Er würde verschiedene Leute einstellen müssen, aber wenn es lief, dann konnte er für seine Kinder da sein und hier hinkommen und brauen, wann immer er Zeit hatte, dann war er sein eigener Chef. Na dann? Aus dem Sitzen streckte Underwood ihm seine Hand hin. Schlag ein, mein Junge, über den Preis werden wir uns schon einig.